Herzlich willkommen zu Senkrechtstarter, deinem YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um die Technik des Starship-Hitzeschilds. Viel Spaß! Also jetzt wirklich zum Starship-Hitzeschild. In der ersten Hälfte des Videos hatten wir festgestellt, dass Starship definitiv ein Hitzeschild braucht, wenn es wieder in eine Atmosphäre eintreten möchte. Das Mondlande-Starship im HLS-Programm der NASA ist dann natürlich raus. Auf dem Mond gibt es ja bekanntlich keine Atmosphäre, beziehungsweise keine Nennenswerte. Aber wie reagiert SpaceX denn auf die enormen Belastungen beim Atmosphäre-Eintritt? Genau das wollen wir uns in der heutigen Episode anschauen. Wie immer bei mir findest du unter dem Video Quellen zu den eckigen Klammern, die ich einblende, falls du weiter in das Thema einsteigen möchtest. Und da nicht nur beim Wiedereintritt weniger Geschwindigkeit alles ein bisschen entspannter macht, möchte ich in diesem Video heute mal ein neues Sprechtempo ausprobieren. Gib mir gerne Rückmeldung, ob das besser ist oder schlechter. Wenn dir das Thema heute gefällt, lass dem Video gerne einen Like da. Und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik mehr verpassen möchtest, dann abonniere den Kanal, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter. Und neuerdings samstags die News. Wenn dir gefällt, was ich hier mache, freue ich mich natürlich riesig, wenn du den Kanal durch eine Patreon-Mitgliedschaft oder eine Kanal-Mitgliedschaft monetär unterstützt. Wenn du den ersten Teil noch nicht gesehen hast, indem ich die Grundlagen erkläre, verlinke ich dir das hier. Fangen wir mal mit der ersten und naheliegendsten Belastung durch Temperatur an. Temperaturen von deutlich über 1000 Grad sind eine echte Herausforderung. Selbst exotische Kunststoffe sind schon bei ein paar hundert Grad raus. Selbst exotische Metalle kommen bei 1000 Grad richtig ins Schwitzen. Metalle haben da aber noch den Nachteil, dass die Wärme sehr gut leiten. Und das ist bei einem Raumschiff auch unpraktisch. Dass beim Starship kein ablativer Hitzeschild in Frage kommt, ist, denke ich, klar. Nicht nur will man ja mit dem Starship bei Flügen zum Mars und zurück mindestens zweimal in eine Atmosphäre eintreten, aber auch für die schnelle Wiederverwendung innerhalb einiger Stunden, die später einmal erreicht werden soll, ist ein Material, das als riesiger verkohlter Block nach jeder Landung vom Raumschiff runtergekratzt werden muss, irgendwie unpraktisch. Also brauchen wir ein isolierendes Hitzeschild wie beim Space Shuttle. Ein Material, das sich gut bei diesen Temperaturen einsetzen lässt, ist Quarzglas. Das besteht aus Siliziumdioxid. Nicht nur ist die Temperatur, bei der es beginnt, seine strukturellen Eigenschaften zu verlieren, mit etwa 1200 Grad recht hoch, auch ist es nahezu unempfindlich gegen thermischen Schock. Das heißt, du kannst Laborequipment aus Quarzglas auf mehrere hundert Grad Celsius erhitzen und dann mit kaltem Wasser abschrecken, ohne dass es zerspringt. Versuch das mal mit normalen Weinglässern. Naja, oder besser nicht, weil die gehen definitiv dann kaputt. Und tatsächlich waren die typischen schwarzen Hitzeschutzkacheln an der Unterseite des Space Shuttles aus Quarzglasziegeln. Die schwarzen Fliesen konnten Temperaturen von über 1200 Grad widerstehen. Ihre Eignung für den Hitzeschutz kam aber nicht durch das Quarzglas an sich. Vielmehr waren 94% des Volumens dieser Ziegel einfach Hohlraum. Dass Luft ein hervorragender Isolator ist, kennst du vielleicht von Styropor oder anderen Kunststoffschäumen. Bei offenporigen Stoffen wird es im Weltraum durch das annähernde Vakuum sogar noch besser mit der Isolationseigenschaft. Denn nichts kann auch nichts weiterleiten. Keramik hat aber noch einen weiteren entscheidenden Vorteil gegenüber Kunststoffen und Metallen. Denn es kann nahezu unbeschränkt im Weltraum verweilen, da es weder oxidiert noch unter Strahlung leidet. Das ist natürlich ein nicht zu unterschätzender Vorteil, gerade wenn es um Langzeitmissionen im Weltraum geht. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum es für die Außenverkleidung der Orion-Kapsel des Artemis-Programms ausgewählt wurde. Nicht nur dort werden die schwarzen Quarzglas-Hitzeschutz-Kacheln, die wir von der Unterseite des Space Shuttles kennen, eingesetzt. Auch die Kacheln am Dream Chaser und der X-47 sind aus diesem Material. Was sich aber geändert hat, ist die schwarze Deckschicht, die die Kacheln jetzt deutlich robuster macht als die originalen Space Shuttle-Kacheln. Die Discord-Community und ich, wir sind uns ziemlich sicher, dass die Starship-Kacheln auch überwiegend aus Quarzglas bestehen. Gestützt wird diese Vermutung dadurch, dass Elon in einem Interview gesagt hat, dass die Kacheln eigentlich hauptsächlich aus Glas bestehen. Zwar wissen wir nicht, wie SpaceX in seiner Bäckerei die Kacheln herstellt, aber wir wissen, wie die Kacheln des Shuttles hergestellt wurden. Im Prinzip wird ein Gewehr von Quarzglas-Fasern von definierter Länge und Dicke locker zu einem Block gepresst. Dieser Grünling, Grünling ist das Fachwort für Rohkörper in der Sinter-Technik, wird in einem Hochtemperaturofen gegeben und die Glasfasern werden miteinander an ihren Kontaktstellen verbacken. So kann der Block jetzt nicht mehr wie lose Fasern auseinanderfallen, sondern hält seine Form. Dieses Material ist nicht besonders fest und zu Space Shuttle-Zeiten konnte man es einfach mit dem Daumen eindrücken. Neuere Generationen dieses Material, von dem wir wie gesagt wissen, dass es beispielsweise an Orion eingesetzt wird, besitzen hingegen eine deutlich robustere Deckschicht. Diese neue Deckschicht kann nicht so einfach eingedrückt werden. Das würde sich auch mit den Beobachtungen am Starship decken. Zwar konnten wir schon beobachten, dass die SpaceX-Kacheln nicht gerade robust sind und etliche nur durch den Transport von SN20 auf der Straße kaputt gegangen sind. Andererseits wurden die Kacheln bei der Montage von Arbeitern auch nicht gerade mit Samthandschuhen angepackt. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum diese Deckschicht eigentlich schwarz ist und ob sich das nicht besonders leicht aufheizt. Tatsächlich ist die schwarze Farbe kein Bug, sondern ein Feature. Das Quarzglas kann relativ hohe Temperaturen ab und durch die geringe Ausfüllung mit 94% Hohlraum ist die thermische Leitfähigkeit extrem schlecht, was es zum hervorragenden Isolator macht. Wenn die Wärmemenge aber groß genug ist, kann auch die Wärmeisolation nicht verhindern, dass es auf der kalten Seite zu heiß wird. Um das zu verhindern, wird ein weiterer Mechanismus benötigt, mit dem die eingetragene Hitze direkt wieder abgegeben werden kann. Und auch hier zu sehr in die Physik dahinter einzutauchen, wird durch die schwarze Farbe ein Großteil der in der Kachel eingetragenen Wärmemenge direkt wieder als Strahlung nach außen an die Umgebung abgegeben. Das Kachelmaterial als Isolator sorgt dann dafür, dass das, was an Wärme trotzdem in die Kachel geht, weit genug von der Struktur ferngehalten wird. Ein anderer Mechanismus, den wir auch schon vom Space Shuttle kennen, ist die Reflexion von Wärmestrahlung. Dafür eignet sich die weiße Oberseite des Space Shuttles besser als die schwarze Unterseite. Und wenn du dich jetzt fragst, warum das Starship dann nicht auf der Oberseite weiß angemalt ist, dann liegt es darin begründet, dass glänzender Edelstahl wie ein Spiegel auch Wärmestrahlung reflektieren kann. Okay, angenommen, wir hätten recht, dass das Hitzekachersystem des Starships dem des Space Shuttles sehr ähnelt. Ist das nicht fahrlässig? Das ist doch genau das System, was beim Space Shuttle Columbia versagt hat und sieben Astronauten das Leben gekostet hat. Ja, völlig richtig. Bis auf den Punkt, dass das Space Shuttle Hitzeschild ja durch Fremdeinwirkung zerstört wurde. Nämlich durch ein Schaumstoffteil, das vom Tank abgerissen ist und den Flügel beschädigt hat. Da das Starship aber auf der Spitze der Rakete sitzt, ist dieser Fehlermodus so jetzt erstmal nicht möglich. Wobei natürlich herabfallende Kacheln die Verkleidung der hinteren Klappen beschädigen könnte. Und dann wurde ja die Deckschicht, wie gesagt, deutlich überarbeitet, was die strukturellen Eigenschaften der Kacheln deutlich verbessert hat. Bei Orion, das ja von der NASA für Deep Space Missionen entwickelt wurde, werden diese neuen Kacheln sogar als Mikrometeoritenschutz eingesetzt. Ein weiteres Problem beim Space Shuttle war die Aluminiumstruktur im Innern. Der Schmelzpunkt von Edelstahl liegt deutlich über der von Aluminium, was die Problematik zumindest entschärfen sollte. So kann der Edelstahl sogar ohne Isolierung an den weniger belasteten Flächen wie auf der Rückseite mit der Hitzebelastung klarkommen. Oder zumindest ist das die Idee. Eine ganz naheliegende Verbesserung ist der Einsatz von wenigen unterschiedlichen Typen von Kacheln. Auch wenn es so aussieht, dass die sechseckigen Kacheln alle gleich sind, haben wir mindestens drei unterschiedliche Größen in Sechseckform gezählt, die zwischen 15 und 30 cm von Ecke zu Ecke messen. Trotzdem sind es selbst mit den Sonderformen, die wir an den Übergängen zu den Klappen sehen, insgesamt vielleicht zwei Dutzend unterschiedliche Kacheln, von denen die überwiegende Mehrheit die Sechseckform aufweist. Beim Space Shuttle war nahezu jede der 24.000 Kacheln ein Unikat und musste einzeln gefertigt werden und aufwendig eingepasst werden. Eine weitere Besonderheit des Starships ist das weiße Vlies unter den Kacheln. Es gibt ein NASA-Patent zu einem Material, das meiner Meinung nach ganz gut passen würde. Mit Aero-Gel imprägniertes Gewebe. Wenn du Aero-Gel noch nicht kennst, schau unbedingt das Video von Veritasium zu dem Thema. Total abgefahrenes Zeug. Sollte es sich eher um ein bereits flugerprobtes Material handeln, ist das AFRSI-Vlies, das beim Space Shuttle auf der Oberseite eingesetzt wurde, vermutlich ein plausibles Material. Dieses Vlies am Starship isoliert nicht nur die Kacheln von der Hülle, ähnlich vielleicht zu einer Trittschalldämmung unter Laminatboden. Es verfügt auch über gute isolierende Eigenschaften gegenüber hohen Temperaturen. Auf der Website ist von bis zu 1200 Grad die Rede. Musste beim Space Shuttle peinlichst darauf geachtet werden, das Spaltmaß zwischen den Kacheln nicht zu groß werden zu lassen, könnte es gut sein, dass das Vlies das Eindringen von Plasma nicht ganz so schlimm werden lässt. Das heißt, es könnte die Fugenbereiche extra schützen. Und wenn du dich jetzt fragst, ob das Vlies nicht alleine schon reichen würde, so müsste ich dich auf eine Twitter-Diskussion verweisen, in der Chris Combs und Scott Manley das Thema diskutieren und Chris Combs das Vlies-Material allein für nicht ausreichend hält. Das würde bedeuten, Verlust einer ganzen Kachel in einem hochbelasteten Bereich gleich Verlust des Starships. Das würde ich mir jetzt so erklären, dass das Vlies zwar 1200 Grad aushält, aber eben nicht über die guten Wärme-Abstrahleigenschaften der Kacheln verfügt. Kommen wir zur Befestigung. So haben wir auch an Starship 20 gesehen, dass Kacheln aufgeklebt wurden, ähnlich wie das zu Shuttle-Zeiten gemacht wurde. Der überwiegende Teil der Kacheln wird aber über drei Pins gehalten. Bei dem Klebstoff der geklebten Kacheln liegt die Vermutung nahe, dass es sich auch dort um bewährte oder weiterentwickelte Shuttle-Technik handelt. Das ist jetzt kein sehr schlagkräftiges Argument, aber von Farbe und Konsistenz her ähnelt es zumindest rein äußerlich dem RTV-Silikon aus Shuttle-Tagen. Der überwiegende Teil der Kacheln wird aber, wie gesagt, jeweils von drei Pins gehalten. Wie genau die Befestigung innerhalb der Kacheln aussieht, das wissen wir leider noch nicht genau. Meine Vermutung wäre eine Art von Dübel, in der die Pins einrasten und die den Lagerpunkt durch die Pins auf eine größere Fläche innerhalb der Kacheln verteilen. Und wenn dann doch mal eine Kachel bei der Montage kaputt geht, kann man eine einzelne Kachel auch relativ einfach tauschen. Die Erfahrung, was es bedeutet, wegen eines kleinen Defektes ein großes Bauteil zu tauschen, hat der eine oder andere Autobesitzer von euch ja vielleicht schon mit Karosserieanbauteilen gemacht. In der Fertigung der Kacheln ist es natürlich auch ein Riesenvorteil, wenn ich standardisierte Teile fertigen kann, die nicht zu groß werden. Ich weiß, es gibt ganz schön viele Annahmen bisher in diesem Video, wenn es um die von SpaceX eingesetzte Technik geht. Aktuell wissen wir es leider nicht besser. Aber wir können aus den aktuellen Starship-Fotos die Anzahl der Kacheln bestimmen. Da kommt man grob auf 15.000, was übrigens deutlich weniger ist als die etwa 24.000 am Shuttle. Und das, obwohl das Starship deutlich größer ist als das Shuttle. Insgesamt reden wir von einer Fläche von etwa 700 Quadratmetern. Mit dem Gewicht der Space Shuttle Kacheln würde man da auf etwa 3 bis 300 Tonnen nur für die Kacheln kommen. Für das Vlies kommt man mit dem Space Shuttle Glasfaserfilzverbund AFRSI ja auf nochmal etwa 3 Tonnen. Würde man das neue NASA Material mit Aerogeltechnik einsetzen, könnte man hier etwa die Hälfte an Gewicht sparen. Das sind jetzt nur grobe Zahlen und die basieren auf vielen Annahmen, also bitte nicht darauf festnageln. Aber wir sprechen so vermutlich mit Toleranzen wahrscheinlich so von 5 oder 10 Tonnen Gewicht für den gesamten Hitzeschild. Das ist mal eben die Nutzlast von einer Soyuz-Rakete oder etwa 5 bis 10 Prozent des Starship-Leergewichts. Die Technik hat sich seit der Entwicklung des Space Shuttles massiv verbessert. Ob es um Fertigungsverfahren geht oder Materialwissenschaft. Dinge, die zu Space Shuttle-Zeiten galten, müssen nicht zwangsläufig heute noch gelten. Wie schnell SpaceX zusammen mit der NASA aus einem etablierten Material etwas deutlich Besseres entwickeln kann, hat es bei Pika-X bewiesen, was an den Dragon-Kapseln eingesetzt wird und deutlich günstiger und leichter ist als das Original-Pika-Material der NASA. Und auch das möchte ich hier nochmal betonen. Es gibt kein SpaceX gegen NASA. Sowohl Elon Musk als auch Gwynn Schottwell und andere Größen bei SpaceX betonen immer wieder, wie viel die NASA SpaceX unterstützt und auf was für einen großen Schatz an Erfahrung und Daten SpaceX bei der NASA zurückgreifen kann. Die Firma Jacobs beispielsweise, die am Cape die Kacheln für die Space Shuttle-Reparaturen nach jedem Flug hergestellt hat, hat auch in den letzten Jahren an Kacheln gearbeitet, die für eine Mars-Rückkehr-Mission geeignet sein sollen. Wie weit man dort mittlerweile ist, beziehungsweise ob diese Entwicklungen fortgesetzt wurden, wissen wir aktuell leider nicht. Da die Firma Jacobs laut eigenen Angaben dazu angehalten ist, ihr NASA-Wissen mit der US-Privatwirtschaft bei der Entwicklung amerikanischer Transportsysteme großzügig zu teilen, würde ich mich nicht wundern, wenn die Anfrage für ein Material für Mars-Rückkehr-Flugprofile von einer Firma mit X im Namen kam. Aber auch das ist Spekulation. Dass die Firma Jacobs nicht für die Produktion der SpaceX-Kacheln zuständig ist, wissen wir aus dem Interview mit Tim Dodd. In dem verrät Elon Musk, dass die SpaceX-eigene Fabrik für die Produktion der Hitzekacheln Bäckerei genannt wird und dass sie am Cape neben dem Surfladen Ronjon untergebracht ist. Mit diesen Infos konnte ich den Sitz auch für euch bei Google Maps finden. Ich habe das Einleiten ja schon angedeutet. Ich bin bei dem Hitzeschild der Starship noch extrem skeptisch. Für ein Bauteil, das so eminent wichtig für das Starship-Konzept ist und dessen Anforderungen so verdammt hoch sind, bin ich mir nicht sicher, ob SpaceX schon auf dem richtigen Weg ist. Jetzt muss man natürlich auch sagen, ich bin ja nur ein YouTuber und kein Experte. Und bitte nicht falsch verstehen, ich bin fest davon überzeugt, dass SpaceX das früher oder später in den Griff kriegen wird. Aber aktuell kann ich mir das noch nicht so richtig vorstellen, dass das auf Anhieb klappt. Das muss es aber auch nicht. Das ist eben der SpaceX-Ansatz. Das deckt sich auch mit dem, was Elon Musk gesagt hat. Er hält es für sehr unwahrscheinlich, dass Booster und Starship den ersten Orbitalflug überleben. Elon Musk sagt weiter, selbst wenn Booster und Starship nur abheben und noch vor einer Stufentrennung verloren gehen, würde er den ersten Flug so als Erfolg bezeichnen. Apropos Fehler machen. Ich gehe sehr davon aus, dass diese Episode im Nachhinein eine meiner Episoden mit den größten Fehlannahmen sein wird. Sobald wir mehr wissen, wirken vielleicht sogar manche Informationen in diesem Video ziemlich peinlich. Da wir uns aber sichtlich am Orbitalflug nähern und diese Fragen ebenso unglaublich spannend sind, halte ich es für den richtigen Zeitpunkt für so ein Video. Die grundlegenden Probleme aus der Physik werden sich ja jetzt nicht ändern. Und so wird es einfach sehr spannend sein, wie das Ganze ausgeht. Und bei aller Schwarzmalerei, so ganz ohne Erfahrung ist SpaceX ja auch nicht. Vielleicht kann sich der ein oder die andere von euch noch daran erinnern, dass SpaceX bei der CIS-18 Mission an einem Cargo Dragon bereits probendes Kachelmaterial getestet hat. Die sind damit also schon mal in den Orbit geflogen und haben es nach den Fotos zu urteilen auch heil durch den Wiedereintritt geschafft. Und die maximalen thermischen Belastungen außen an Kapseln sind normalerweise deutlich höher als die bei flachem Eintritt des Starship. Zwar ist beim Starship die Temperaturbelastung über einen längeren Zeitraum sehr hoch, die maximale Last ist aber geringer. Und selbst wenn das Starship beim ersten Flug spektakulär vernichtet wird, das mag für andere Firmen ein echtes Problem darstellen, für SpaceX hat Elon Musk genau das als den schnellsten Weg identifiziert. Prototypen bauen, testen, aus Fehlern lernen und den nächsten Prototypen bauen. Wie schnell SpaceX aus diesen spektakulären Hardwarevernichtungen lernt, konnten wir ja im letzten Jahr live mitverfolgen. SN15 ist gerade mal ein Jahr her. Ist das nicht total verrückt? Vor einem Jahr sind noch riesige Cola-Dosen ein paar Meter durch die Luft geflogen. Und heute diskutieren wir ernsthaft, ob das Starship einen Wiedereintritt überleben könnte. Ich sag's ja immer wieder, Apollo-Moment. Wir werden erzählen können, wir haben das alles live verfolgen können, während der Mainstream noch geschlafen hat. Ihr habt es vielleicht gemerkt, ich habe die Kanalmitgliedschaft für treue Senkrechtstarterfans eingeführt. Wer möchte, kann sich dort sogar für eine Nennung in der nächsten Episode entscheiden. Besonders möchte ich mich da bei Danny Neumann, Carrie Dodd und Frank Hartung als neue Kanalmitglieder bedanken. Für die Senkrechtstarterkanalmitglieder und Patreons werde ich die Episoden ab jetzt ohne YouTube-Werbung und ohne meine Senkrechtstarter-Eigenwerbung hochladen. Eurem Feedback zufolge wünscht ihr euch weniger Aufrufe zu abonnieren, des Kanals und liken des Videos. Tatsächlich ist mein Views-to-Like-Verhältnis, seit ich das konsequent mache, sehr nach oben gegangen. Das nennt man wohl Nudging. Für alle, die die Episoden gerne clean sehen würden, wie gesagt, für Patreons und Kanalmitglieder, ab jetzt lade ich die Folgen auch ohne Werbung und Eigenwerbung hoch. Und positiver Nebeneffekt, mit einer Kanalmitgliedschaft könnt ihr Senkrechtstarter etwas Gutes tun. Ganz großes Dankeschön geht heute an die Discord-Community, die mit ihrer Diskussion maßgeblich zu dieser Episode heute über Hitzeschilde beigetragen hat. Besonderer Dank geht an Roman für zusammentragende Informationen und die Hilfe mit dem Skript. Ich bedanke mich auch bei dir fürs Liken, Kommentieren und Teilen meiner Videos. Und wie immer, ein besonderer Dank geht an meine Schutzengel, die mich durch eine Patreon-Mitgliedschaft oder eine Kanalmitgliedschaft unterstützen. Vielen, vielen Dank dafür. Ihr macht diesen kleinen, aber feinen deutschen Nischenkanal möglich und helft mit, andere Menschen für die Raumfahrt zu begeistern. Wenn du weitere Entwicklungen in der Raumfahrt nicht verpassen möchtest, abonnier gerne meinen Channel. Denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Technikfolge von Senkrechtstarter. Und neuerdings Samstag die Senkrechtstarter-News. Ich hoffe, die Folge heute hat dir gefallen. Wenn ja, like da lassen und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns demnächst. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mau.